Okay, Montez sagt, es gibt einen Strike, aber ich will keinen Urlaub. Sascha, würde dir gut tun, bin ich ehrlich. Klas, 20, Butzbach, Erwachsenenvollzug. Mutter ist im Knast heute zu besuchen. Sitz der? Ach du Scheiße, heute ist endlich wieder so weit, heute hat mir Luca. Mega, das Butzbach-Ding ist unser Ding. Das darf kein anderer benutzen, was soll's. Na gut, wahrscheinlich die, wahrscheinlich, ja gut, es ist ein international, ach scheiß drauf, komm. Mal wieder Instagram-Rapper zukommen lassen, das heißt auch heute, schau mal. Sieh wieder als UFO, Digga, im UFO ist jetzt eine Anwaltskanzlei, was soll ich da? Schau wieder nach, was unsere Newcomer, deutsch-raptechnisch, so am Start haben. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Rapper. Let's go. Ach, Digga. Brenne für mein Traum, wie das Feuer, wirbelnde Glurak. Designer, Brille, Gold, Kette, Triple, so wie Tourtalk. Wild, Digga, auf ne Pokémon-Beat. Holy shit, das Intro. Komm mir auf, Bruder, doch sind Schlangen, so wie Abort. Lasse Gegner alle zittern, nämlich Club-Docs. Bewege die Massen genau, so wie Macho Mai. Doch wenn die Bullen eintreffen, verschwinde ich mit dem Fluchtzeit. Digga, geil. Nach ner Schelle gehst du schlafen wie Relaxo. Jedes Chick will mich haben wie Pikachu. Oha, Luca. Digga, der erste Rapper und ich muss wirklich sagen, das war sehr stabil. Finde ich auch, Digga. Fühl ich, fühl ich. Da ist der Deal. Ich le- Ha, ha, ha. Gelob die Gruppe. Ich stehe nämlich jetzt sogar noch sehr weit aus dem Fenster und ich sage, das war sogar ein Rap, wo Trimax sagen würde... Was? Wenn es heute so weitergeht, Maschallallah, gute Episode. Will das Video schon? Digga, den hatte ich doch auch bei mir auf TikTok, der Typ ist ne Legende. Tolle? Get to life, get to, get to life, get to life. Warte uns. Get to life, get to, get to, get to life. AS Team ist der Name und ich bleib dabei. Sagst du was Falsches, baller ich mit Blei. Get to life, get to, get to, get to, get to life. MC Tampon ist so wild. Get to life, get to, get to, get to life. Bruder, wilder Übersteiger. Und auf den Schock erstmal rein in die Werbung. Mein RTL. Mein heutiger Ko- Ich zahle dem Schutzgeld. Kooperationspartner lautet Stereo und das Beste daran ist, dass... Digga, alle haben diese Stereo-Kooperation genommen. Ich hab sie abgesagt. Ich hab sie einfach abgesagt. Ich hab gesagt, ne, ich will nicht Werbung für noch ne App machen. Jetzt hör ich im Endeffekt, was die gezahlt haben. Und ich denk mir, ne, ich will doch Werbung für die App machen. Stereo. Hit mir bitte nochmal ab. Scario. Stereo, bitte. Ich würd's doch noch machen. Ich würd's doch noch machen. Ich kenn die Gagen. Ich kenn die Gagen. Es Live-Shows gibt, wie zum Beispiel... Wird doch mal was anderes kommen auf der Fortnite. Ob die Kooperation abgenommen wird? Ich weiß es noch nicht. Ihr könnt völlig frei bei der Themenwahl sein. Wie zum Beispiel, ihr könnt einen Talk zu hören... Geldgeil? Naja, schon, ja. Bei dem es um Sport geht. Freunde, was geht ab? Ich bin's... Schon mal ein Dreier. Bei dem es um Comedy geht. Bei dem es um Business geht. Hallo Leute. Das hier ist eine kleine Bewerbung. Digga, das ist Rehzmann. Für DSDS 2021. Okay. Ich. Luca, seh ich aus. Luca, sehen wir aus. Wie DSDS 2021? Absolut, ja. G63 AMG. Weißer Schnee. Weißer Schnee. G63 AMG. Weißer Schnee. Weißer Schnee. G63 AMG. Weißer Schnee. Weißer Schnee. Ganz ehrlich, Digga. Würde ich mir sowas von in der Shisha-Wahl reinziehen und danach wirklich 300 Euro Schutzgeld bezahlen. Zergi und Riggi sind gute Jungs. Direkt Finale. Pray for him. Pray for him, Chad. Pray for. Jungs, was ist persönlich nicht schlecht? Ich kenne aber jemand, der das Ding bewerten kann, der sogar Erfahrungen sammeln konnte in der Jury von DSDS. Bitteschön. Sascha, Bruder, jetzt. Hier ist der Moment, wo ich ausraste. Gefallen, gefallen, gefallen. Ein geht Schnee, dies, das. Es reicht dann zum Satz, Chad. Es reicht. Von dem habe ich lang nichts mehr gehört. Ich habe jetzt seit einem Monat Pietro Longbarte nicht mehr gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war der beste Monat meines Lebens. Kann das bitte jemand klippen und dann ihn schicken? Das wäre super. Aber bei DSDS hätte er von mir die Goldene bekommen. Danke, Pietro. Bist der Beste. Okay, Standard-Skill hat scheinbar jetzt sein eigenes Label, Tillich. Digger, cool. Okay, okay, okay. Luca, sag mal, wirst du schon wieder bezahlt, oder was? Release 11.12. Streaming ab 0 Uhr, Musikvideo 15 Uhr. Digger, ich konnte die Font nicht mal lesen. Ich dachte, da steht, ist Uhr. Streaming ab 0 Uhr, Musikvideo 15 Uhr. Jungs, alles Gute zum Release vor drei Monaten. Ne, da muss ich wirklich sagen, heftiges Ding auf der Wagen. Ja, oder? Man kann das gar nicht lesen, Digger, mit dieser Font. Im Hintergrund auf Monte angelehnt. Von der... Also von der Verlierung her. Monte, bitte kein Strike. Sascha, Digger. Das gibt es Strike the Hunt. Oh nein, oh nein. Wir, wir sind wie Bonny und Clyde und hoffentlich bald zusammen vereinfliegen. Digger, weiß ich nicht. Irgendwann Richtung Copacabana und Hansi, Romeo und Juliette von Loredana. Einfach schon über vier Monate ein Paar. Ich bin dir für alles so krass dankbar. Also entweder ist das Ganze hier ein riesen Scherz oder Luca verwendet mittlerweile auch meine Plattform als Werbeplattform. I love out now. Luca, gib mal 50% ab, du Hund. Ich mach fünf Minuten ein Beat, du studierst acht Jahre. Du hast mies lange an deinem Test gesessen, das ist wirklich schade. Bro, warum redest du von deinem Leben, wenn dich keiner gefragt hat? Vielleicht ein Grund, dass dich danach einfach keiner gefragt hat. Ich hab... Okay, Digger. Weiß ich jetzt nicht. Sachen, was der Schule geklaut hat, nicht, weil ich sie gebraucht habe. Einfach, weil ich dem was klauen wollte, diesen Missgeburten. Eine Lehrerin hatte Beine wie Tadeus, als der Burger gegessen hat. Meine Lehrerin hatte Beine wie Tadeus, als er Burger gegessen hat, Digger. Verstehe ich nicht. Was? Ich weiß jetzt nicht, wo sich da die Reimketten irgendwo versteckt haben. In dem Part von dem Kollegen. Aber ich muss wirklich heute eine Sache sagen. Ich werde heute rein Rap-technisch von den Newcomern nicht enttäuscht. So, und da, Leute... Da fragt man sich sowieso, seit wann die Psychiatrie wieder offene Türen hat, dass die beiden wirklich Musik machen. Also wirklich, das war ein sehr, sehr wilder Freestyle. Ich kann es euch ja sagen, Leute. Ich habe ein Musiklabel. Wir haben auch einige größere Kunden, größere Künstler bei uns. Wir haben auch schon mehrere... Ähm... Mehrere große Shows und Touren spielen und spielen lassen. Und ich würde alles signen, außer Danny. Danny, bin ich mal wieder komplett raus. Jungs, ihr seid meine Lieblings-Streamer. Also, ich finde, ein Homie kann dir was geben, was dir ein Girlfriend nicht geben kann. Mhm. Stimmt. Und zwar Arsch. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal und SympathischTV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lehramt-Basis ein Abonnement für uns da lassen. Kuss und Gruß geht auch nochmal raus an Stereo. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Mal ganz ehrlich, Chat. Wer von euch guckt noch Fernsehen, Digga? Zwei in Chat, wenn ihr noch Fernsehen guckt. Eins in Chat, wenn ihr gar kein Fernsehen mehr schaut. Danke, Digga. Danke, Moji.